So, wie komme ich jetzt an Webinaris dran? Also du gehst auf Google, nein, gehst du nicht, gehst in deinem Browser rein und gibst ein Webinaris.com. Dann Enter drücken. Jetzt landest du hier auf dieser schönen Verkaufsseite oder dieser Startseite. Normalerweise kannst du dich halt hier einloggen. Davor musst du aber noch was machen, musst du vorher noch eine Mitgliedschaft erwerben. Da gibt es aber ein sehr, sehr günstiges Angebot, was ich dir jetzt zeige, was quasi, wo du quasi der erste Monat fast umsonst ist. Und das reicht auf jeden Fall aus, um dir hier einen Einblick zu machen und um alles nachzumachen, was du hier in diesem Kurs lernst. Ja, und die ersten 30 Tage für 2,90 Euro. Und dann kannst du immer noch, weiß, was ich meine, kannst du immer noch rausgehen, wenn es nicht passt. Aber ich würde dir empfehlen, das zu machen, diese 2,90 Euro zu investieren, weil sonst kannst du ja die ganzen Sachen, die wir hier in dem Kurs lernen, gar nicht nachvollziehen. Das ist ja dann nur so eine Trockenübung. Also würde ich sagen, wenn du dich dafür interessierst, dann mach es lieber direkt, bevor es diesen Gutscheincode nicht mehr gibt. Ich sage dir auch gleich, welcher Gutscheincode das ist. Also hier sind eben noch mal die Vorteile aufgelistet. Hier kann man auch noch mal nachgucken. Das sind ja die Sachen, die wir hier in dem Kurs ja auch abdecken werden. Und ja, da gibt es jetzt nicht mehr viel zu sagen. Du gehst dann hier auf Funktionen, kannst du noch mal gucken. Ja, wie auch immer. Ja, das sind ja alles Sachen. Dafür haben wir ja diesen Kurs hier, um das alles zu lernen. Webinar, Einladungs, E-Mails und, und, und. Alles total praktisch. Ich kann es dir sagen, ich benutze es ja selber auch. Chatfenster und so weiter und so fort. Übrigens DSGVO, ja, das sind, es gibt ja nicht so, gerade diese englischen Anbieter. Also Webinar ist ja nicht der einzige Anbieter. Webinar ist aber der, in deutschsprachigen Raum, der, soll ich jetzt mal in Anführungszeichen, der einzige Anbieter. Ja, weil meines Wissens, dass, dadurch, dass es halt ein deutsches Unternehmen ist, befassen die sich halt extrem mit diesem Datenschutz und DSGVO und haben das natürlich alles fest bei sich eingebaut. Und der andere Grund, die anderen Sachen, hatte ich ja schon gesagt, warum in dem Fall ein deutschsprachiger Anbieter wirklich vorzuziehen ist, weil du eben diese ganzen Integrationen hast mit den anderen Tools, wie zum Beispiel Digistore, Clicktip und so weiter und so weiter. Das ist absolutes Must-Have. Ja, also meiner Meinung nach, wenn du ein anderes Webinar benutzt, dann, ja, wirst du langfristig nicht glücklich. So, also, wir gehen dann hier auf Preise und jetzt siehst du hier ein paar Tarife. Ich kann dir natürlich nicht sagen, welcher Tarif hier irgendwie für dich am besten geeignet ist. Es gibt hier den Billing-Tarif, dann gibt es den Optimal-Tarif, Expert und so weiter und so fort. Die unterscheiden sich eben in bestimmten Sachen. Hier kannst du halt nur ein Webinar anlegen. Na, du kannst auch keinen Split-Test machen oder sowas und maximal 50 Teilnehmer pro Webinar. Wobei das am Anfang natürlich reicht. Und dieser Tarif hier hat drei Webinare, da kannst du auch mal verschiedene Sachen testen. Und das ist auch sehr, sehr cool, weil du kannst dann eben drei verschiedene Webinare gegeneinander testen oder drei verschiedene Produkte anbieten und unbegrenzt viele Teilnehmer. Aber ich muss da gar nicht großartig drüber reden, weil dieser Gutschein-Code, es gibt nur Gutschein-Codes für diesen hier. Und das Tolle ist, nicht, dass du jetzt sagst, ach Mist, jetzt muss ich mich ja hier festlegen. Ich wollte eigentlich den oder ich wollte eigentlich den hier. Du machst es jetzt mit dem hier, weil es gibt nur Gutschein-Codes für den hier. Und dann kannst du nämlich später im Webinar in deinem Mitgliederbereich, also in deinem Login, gibt es oben rechts so eine Account-Verwaltung. Und dann kannst du den jederzeit upgraden und downgraden mit einem Klick. Und zwar, das wird ja, wenn wir hier auf monatlich gehen, wird das ja monatlich abgebucht. Und dann kannst du halt hingehen und sagen, also der erste Monat kostet halt nur 2,90 Euro mit meinem Gutschein-Code, also mit meinem in Anführungszeichen, mit diesem Gutschein-Code, den ich jetzt benutze und der hoffentlich noch gültig ist, wenn du dieses Webinar oder wenn du diesen Kurs schaust, wenn er nicht mehr gültig ist, dann versuche ich einen anderen aufzutreiben und den dann irgendwie reinzuposten oder sowas. Ja, also mit diesem Gutschein-Code kriegst du halt diesen für 2,90 Euro. Und naja, wenn dir das dann nicht passt, dann kannst du jederzeit runter- oder hochgraden. Jeden Monat neu. Das ist das Coole daran. Deswegen kann ich dir das hier mit allerbestem Gewissen empfehlen. Und in diesem Monat kannst du ja alles testen. Und dann weißt du ja genau, ob du das brauchst oder nicht. Also, das geht hier auf gleich loslegen. Und dann steht dir jetzt nochmal alles beschrieben. Diese ganzen coolen Sachen. Und wie gesagt, es ist cool. Ja, ich benutze es ja. Und dann kannst du hier noch, beziehungsweise bekommst du hier noch, da hoffe ich auch, dass das noch da ist, wenn du diesen Kurs hier schaust. Wenn nicht, dann sag mir Bescheid, dann kann ich die Lektion nochmal neu aufnehmen. Also zurzeit ist es so, dass du hier noch 2 Online-Kurse umsonst kriegst. Einmal, und das werde ich auch nochmal kurz anzeigen. Ich meine, kriegst du zwar eh, aber ich kann es ja gleich nochmal kurz oder so durchscrollen oder so später im Verlauf dieses Kurses hier. Also die Webinar-Masterclass, wo du halt lernst, wie du dein Webinar-Business aufbaust. Gut, da gehen wir später noch rein. Vier Stunden, ja. Und das kostenlos. Das ist natürlich ziemlich cool. Normalerweise 297 Euro. Also ist eine gute Geschichte. Und dann noch Screencast-Meister, wie du die perfekte Webinar-Präsentation erstellst. Also beides sehr sinnvolle Sachen. So, das hier muss man sich nicht wundern. Das sind immer Nettopreise bei diesen digitalen Sachen. Da kommt noch die Mehrwertsteuer drauf. Wenn du aber Unternehmer bist und umsatzsteuerpflichtig bist, so wie ich zum Beispiel, kannst du es absetzen. Ja, also wenn nicht, kannst du es sowieso absetzen. Du kannst es immer absetzen. Ja, du benutzt es ja gewerblich. Du musst halt ein Gewerbe anmelden und dann kannst du es halt komplett absetzen. Es zahlst du keine Steuern dafür. Das macht sich extrem bemerkbar. Und wenn du umsatzsteuerpflichtig bist, kannst du das ja auch nochmal komplett absetzen. Also nur, dass du dich nicht wohnen hast. Das ist so üblich, weil die Mehrwertsteuersätze in jedem Land anders sind. So, und dann gehst du hin. Und jetzt pass auf, hier, das hier ist wichtig. Das hier ist wichtig. Sie haben einen Gutschein. Und da gibst du ein Webinaris 95. Ah, da steht es schon. Rabatt wurde gewährt. So, und jetzt siehst du hier 2,90 Euro plus Mehrwertsteuer und dann monatlich 59. So, okay. Also du kriegst den ersten Monat für 2,90 Euro. Und das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtige. Erste Zahlung und so weiter. Und das Coole ist halt, dass du danach jederzeit downgraden kannst. Also du kannst dann halt eben downgraden, upgraden, wie auch immer. Oder eben so lassen. Ja, also es ist auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass du diesen Tarif so lässt, wie er ist, weil er ja einfach optimal ist. Ja, deswegen heißt es ja auch optimal. Und dann kannst du sagen, ich bestelle als Privatperson, als Unternehmen, da würde ich mich nicht zu sehr, ja, wenn du noch kein Gewerbe angemeldet hast, mach trotzdem als Privatperson. Ja, übrigens dieses, dieses hier, das ist mein Passwortmanager, nicht davon wundern lassen, dass hier immer dieses Schloss herunter wandert. Bestell einfach als Privatperson. Du kannst das Gewerbe auch nachträglich anmelden und das ist hier nur was auf der Rechnung steht. Und wenn du ein Gewerbe anmeldest und mit Webinaren Geld verdienst, dann bist du Einzelunternehmer und dann kannst du die Rechnung ganz normal von der Steuer absetzen. Ja, also das ist hier, du siehst hier nur den Unterschied, ist der Firmenname, den brauchst du aber als Einzelunternehmer nicht. Ich mache das manchmal so und manchmal so. Ja, mittlerweile mache ich es so, aber vergiss es. Also du kannst als Privatperson bestellen. Ja, das heißt, du kannst dann halt hier bestellen. Der erste Monat ist für 2,90 Euro. Du kannst nach 2 Wochen kündigen, wenn du keinen Bock mehr hast oder wenn du hier diesen Kurs hier mitmachst und dann merkst du, ja, irgendwie ist doch nicht so meins oder so. Du kannst alles lassen, kannst dann immer noch monatlich kündigen. Du kannst auch nach 2 Wochen oder so die Zahlweise ändern. Also ich würde empfehlen, erst mal dieses Angebot zu machen und dann kannst du danach, kannst du immer noch auf halbjährliche Zahlweise oder sowas umstellen. Ja, und dann hast du halt noch mal Rabatte. Das würde ich dir empfehlen. Du kannst dich auch jetzt direkt machen, aber dann hast du halt diese 2,90 Euro nicht. Deswegen kannst du machen, was du willst. Aber diese 2, ich würde es dir so empfehlen. Du machst diese 2,90 Euro und dann nach 3 Wochen entscheidest du, entweder ich gehe raus, dann hast du 2,90 Euro investiert oder du lässt alles, wie es ist und machst weiter hier mit dem Kurs oder du machst ein Downgrade auf diesen Startertarif, wo du nur ein Webinar hast und weniger Funktionen oder machst ein Upgrade. Je nachdem, was du brauchst für deine Firma und das kann ich dir natürlich nicht sagen. Sehr, sehr individuell. Also so machst du das, dann gibst du hier ein, vorne, nach, nach und so weiter und so fort. Zahlungsinformationen und so weiter. Ja, also Digistore kennst du vielleicht, das ist der bekannteste, renommierteste deutsche Anbieter für digitale Produkte. Da kriegst du eine ordentliche Rechnung. Ich gebe jedes Jahr tausende von Euro aus für Digistore-Sachen, für irgendwelche Online-Schulungen oder so. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Dass du da auch, wenn du kündigen willst oder so, dass du, du schreibst eine Mail und sie sagen am nächsten Tag, ja, alles klar. Also da kann ich, da lege ich meine Hand für ins Feuer. So, das ist jetzt die, ja, die Art, wie du Webinares buchen kannst. Das würde ich dir empfehlen, das jetzt direkt am Anfang zu machen. Und dann gehen wir mal rein und dann zeige ich dir mal, ich habe zwei Accounts. Dann zeige ich dir einmal einen frischen Account, den ich extra mir zugelegt habe für dieses, für diese Schulung. Damit du eben alles von, so auf der grünen Wiese lernen kannst. Und ich zeige dir auch nochmal einen anderen Account, den ich aktiv nutze, wo auch vieles schon eingestellt ist. Dann können wir mal so ein bisschen hin und her springen. Ja, also dann besorg dir Webinares und wir machen weiter in der nächsten Lektion.